Preisdeckel, Japan, Gold. Was hat das miteinander zu tun? Einen Preisdeckel global zu vereinbaren, finde ich eine spannende Herausforderung, den die Frau Harris, mich würde interessieren, wie sie es umsetzen will. Das ist Sozialismus, also das funktioniert nicht bei freien Märkten. Warum sind denn die Aufschläge für Gold in Japan so hoch? Beobachten, wie werthaltige Sachwerte mit einem Aufschlag versehen werden, wenn dieses Papier als Tauschmittel nicht mehr die Substanz hat, die erwartet wird? Hat vielleicht der globale Süden inklusive den asiatischen Staaten schon verstanden, dass das Gold vielleicht wesentlich mehr wert ist, wie wir gerade im Westen zahlen? Auf jeden Fall, weil es drückt sich ja dementsprechend aus, dass ich Aufschläge dafür bereit bin zu bezahlen in Shanghai an der Börse. Ich bin gespannt, wie sich der Gold- und Silberpreis vor den Wahlen noch dynamisch entwickeln wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir wieder, ich sage jetzt mal, mindestens einen Switchpoint sehen. Ein Switchpoint heißt für mich, dass wir... Preisdeckel für Gold in Japan. Wir werden nach Amerika den nächsten Preisdeckel anschauen von Kamala Harris und werden uns auch die Implikationen und die Auswirkungen von solchen Preisdeckeln anschauen und natürlich, wie immer, den großen Blick über das Gold- und Silber-Thema. Ja, herzlich willkommen, wie immer, an meiner Seite Schweizer Bank hier, Rüdiger Götz. Servus. Lieber Bene, herzlich willkommen für mich in deiner Show. Danke. Herzlich willkommen für dich in meiner Show. Also, lass uns doch starten mit dem Thema US-Wahlen. Kamala Harris, das ist jetzt gerade die neue Herausforderin von Donald Trump, die hat jetzt den Vorschlag gemacht, einen Preisdeckel in Amerika durchzuführen. Und das ist ja sehr, sehr spannend, weil du sofort im Vorgespräch ja auch weitergeleitet hast nach Japan. Vielleicht starten wir kurz mit Japan, dann schauen wir uns das Thema in Amerika an. Preisdeckel, Japan, Gold. Was hat das miteinander zu tun? Also, die Japaner würden sich freuen, wenn es einen Preisdeckel bei Gold und Silber geben würde, weil die haben aktuell einen Aufschlag von zwischen 30 und 40 Prozent. Und das liegt natürlich auch viel an dem schwachen und je nachdem, von welcher Richtung man draufschaut, starken US-Dollar, an den Carry-Trades durch die verschiedensten Zinsindikationen. Und wenn man hier einen Preisdeckel hätte, den man weltweit durchsetzen kann, dann wäre das für die asiatischen Länder sicherlich ein spannendes Szenario, was ich mir im Grunde genommen schwer vorstellen kann. Wenn wir zum Beispiel jetzt nach Deutschland schauen, einen Mietendeckel in Berlin kann ich natürlich machen, weil diese Immobilie, die steht und liegt in Berlin, da habe ich keinen Zugriff. Aber einen Preisdeckel global zu vereinbaren, finde ich eine spannende Herausforderung, den die Frau Harris, mich würde interessieren, wie sie es umsetzen will. Ja. Ja, lass uns das mal anschauen, vielleicht nochmal ganz kurz. Warum sind denn die Aufschläge für Gold in Japan so hoch? Das liegt an dem schwachen Yen. Also das ist genauso, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt in der Türkei Edelmetalle kaufen will, hat man ja auch irrsinnige Aufschläge, weil die türkische Lira nichts mehr wert ist. Jetzt ist die türkische Lira im Vergleich zum Yen sicherlich noch viel, viel Kilometer weit hinten, sage ich mal, aber da kann man das auch ganz gut beobachten, wie werthaltige Sachwerte mit einem Aufschlag versehen werden, wenn dieses Papier als Tauschmittel nicht mehr die Substanz hat, die erwartet wird. Das heißt, das ist wie so ein Risikoaufschlag, wo die Leute sagen, ja, ich bin bereit, Gold zu kaufen und auch ein bisschen mehr zu zahlen. Hauptsache, ich habe meine, wie sagen wir, Euros, das werden wir noch erleben, aber ich habe meine Yen oder meine türkische Lira unter die Leute gebracht, denn das ist nicht mehr das, wo ich drauf baue. Ganz genau. Also das heißt, wenn ich jetzt in der Türkei oder in Japan Edelmetalle verkaufe, dann muss ein Risikoaufschlag für das schlechte Papier gewährleistet sein. Das ist genauso wie in der Zinswelt. Wenn ich eine schlechte Bonität habe, muss ich mehr Zinsen bezahlen. Wir haben ja auch in Shanghai, glaube ich, ist das Phänomen, wo ja auch eine große Edelmetallbörse ist, da wo ja allgemein die ganzen Aufschläge wesentlich höher sind, weil ja in dieser, ich sage mal, asiatisch geprägten Hemisphäre, das ist ja nicht ganz richtig, aber in diesem Teil der Welt, der Goldpreis und das Goldinvestment wesentlich attraktiver angesehen wird, was ja auch dazu führt, dass viel Gold aktuell quasi in diese, über Termingeschäfte auch über den Atlantik, Indischen Ozean, darüber fließt, schlichtweg, weil dort bessere Preise gezahlt werden wie im Westen. Also hat vielleicht der globale Süden inklusive den asiatischen Staaten schon verstanden, dass das Gold vielleicht wesentlich mehr wert ist, wie wir gerade im Westen zahlen? Also das auf jeden Fall, weil die Substanz, ja, es drückt sich ja dementsprechend aus, dass ich Aufschläge dafür bereit bin zu bezahlen in Shanghai an der Börse. Und wenn ich da bereit bin, Aufschläge zu bezahlen, dann heißt es, der Markt adaptiert, dass Edelmetall mehr Substanz, also mehr Wert hat, tatsächlichen Wert, als es bei uns in Europa und in Amerika sozusagen umgesetzt wird. Das sieht man ja zum Beispiel auch immer an dieser Paper-to-Silver-Ratio, die ja in Amerika immer veröffentlicht wird. Die Schulden steigen und dementsprechend wird einfach mehr Papiersilber produziert, als es tatsächlich Silber gibt. Und das ist sozusagen der Risikoaufschlag und das Zockerpapier. Und genauso ist es mit Shanghai. Da sehe ich das ganz genauso, dass die Aufschläge im Preis, das ist die Wertschätzung des Edelmetalls gegenüber. Sehr schön gesagt. Die Wertschätzung gegenüber dem Edelmetall. Ja, die Schweizer Zeitung NZZ, selbst die schreiben ja schon eine schreckliche Idee, denn die Kamala Harris, das ist jetzt quasi die Nachfolgerin von Joe Biden, die hat ganz eine schreckliche Idee. Das Werben von Kamala Harris für Preiskontrollen wird scheitern. Warum sie dennoch drauf setzt? Ihr wirtschaftspolitisches Rezept stammt aus dem Giftschrank der Ökonomie. Das scheint die Demokratin aber nicht zu stören. Ja, Wucher bei Lebensmitteln, Irritationen und so weiter. Vielleicht ganz kurz, also in Amerika gibt es ja auch die Probleme, dass gewisse Produkte, auch Dienstleistungen immer teurer werden. und vor allem auch so die normalen Sachen im Supermarkt hier im Preisdeckel drauf kommen sollen. Wie schätzt denn du sowas überhaupt wirtschaftspolitisch ein? Naja, wirtschaftspolitisch ist das eine Schnapse, die sage ich jetzt mal, weil das ist ja nicht die Ursache. Da wird ja nur das Symptom bekämpft, dass die Preise steigen. Also, aber die Ursache für steigende Preise ist ja die ausufernde Geldmenge. Und wenn jetzt wieder eine Geldschwemme kommt, weil wir Rezession in Amerika vielleicht bekommen, dann die Zinsen gesenkt werden, dann kommt wieder mehr Geld aufs Paket. Paket? Auf den Tisch. Punkt. Und wenn jetzt dadurch die Preise auch für Lebensmittel steigen, dann hilft das nichts, wenn ich die Preise decke, weil das ist Wirtschaft, das ist Sozialismus. Also das funktioniert nicht bei freien Märkten. Und hier kann ich, glaube ich, das können wir mal so auch empfehlen, da gibt es ja ein Tucker Carlson-Interview mit dem Präsidenten von El Salvador. Kennst du den? Der Bukele? Den Präsidenten? Ja. Tucker Carlson kenne ich schon, das Interview kenne ich jetzt nicht. Ja. Das ist ja echt ein super Typ. Ich verfolge ja vor allem Österreich ein bisschen und Deutschland. Jetzt im Zuge der Corona-Krise, weil ich bin ja da vollkommen bei dir, du hast einen Preisdeckel, und wenn ich aber zum Beispiel jetzt für ein Eis, haben wir vorher gesagt, was ich, zwei Euro habe, ja, was ich Preisdeckel habe, mehr darf ein Eis nicht kosten, ich als Importeur oder Hersteller aber schon einen Kosten von vielleicht zweieinhalb Euro habe, dann höre ich halt einfach auf zum Produzieren, wie unser Wirtschaftsminister Habeck das sagt. Gleichzeitig haben wir ja auch, und das ist ja, glaube ich, auch statistisch bewiesen, während Corona festgestellt, dass vor allem Supermärkte oder diese Supermarketten einen riesen Gewinn gemacht haben und da haben ja dann die österreichischen Politiker gesagt, auch die Deutschen, ja, so eine Gewinnsteuer und so weiter, weil das können sich die Leute in Deutschland, Österreicher nicht mehr leisten, die Lebensmittel. Und natürlich ist das nie gekommen, weil du auf der anderen Seite immer diejenigen hast, die sagen, ja, Gewinnsteuer ist sozialistisch, was es ja auch ist, also das wird ja auch nicht funktionieren, und vor allem, es trifft ja dann immer die Falschen. Und der Bukele hat in El Salvador, der räumt da ja richtig auf und der hat eines Tages mal gesagt, im Fernsehen hat er gesagt, Freunde, ich weiß, dass hier in diesem Land extrem viel Kriminalität herrscht und dass hier unglaublich viel Drogenschäfte und so weiter gemacht werden. Ich möchte euch warnen, ab morgen hört das auf und sonst werdet ihr Konsequenzen an. So, das hat dazu geführt, dass er komplett durchgegriffen hat und mittlerweile über, glaube ich, 40.000, 50.000 Leute in den größten Gefängnissen der Welt in El Salvador sind und der richtig quasi jeden wegsperrt und dieses Land wieder richtig sicher wird. Also der hat ja unglaubliche Umfrageergebnisse auch. Und das Witzige war, vor drei Monaten, glaube ich, haben die auch eine relativ hohe Inflation gehabt, die aber größtenteils dadurch zustande gekommen ist, dass die Supermarktketten so hohe Aufschläge gehabt haben. Und da hat er dann auch nur gesagt in einer Sonntagsansprache, Freunde, ihr tut es jetzt wieder vernünftige Preise machen, weil ihr wisst, was sonst passiert. Aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Und der hat auch ein Tucker Carlson-Video gemacht, also das ist echt sehenswert, das ist echt ein cooler Typ, muss ich mir echt sagen. Schau ich mir gerne mal an. Was natürlich, also wenn wir es jetzt von der Gewinnsteuer haben, was wird der klassische Unternehmer machen, wenn er eine höhere Steuer bezahlen muss, dann werden die Produkte wieder teurer. Also die wenigsten Unternehmer stellen die Produktion ein, weil sie keine Lust mehr haben, irgendwas zu produzieren. Und das so zu machen, wie der Wirtschaftsminister sagt, naja, einfach mal nichts mehr produzieren, insolvent sind sie ja nicht. Ja, das ist ja das Problem auch mit den steigenden Energiekosten oder im Endeffekt der steigenden Bürokratie oder der Steuerbelastung, das schlichtweg, es muss ja teurer werden, es muss ja alles gezahlt werden. Das wird eine Herausforderung werden, wenn wir jetzt fallende Zinsen haben und wieder mehr Geld auf den Markt kommt und dann meinetwegen in zwei, drei Jahren die Zinsen wieder steigen und dann die Staatshaushalte ausufernde Belastungen haben, weil sie höhere Zinsen bezahlen müssen. Also ich glaube schon, dass wir auch wieder wie in Griechenland lebenslange 100-jährige Anleihen sehen werden. Wahrscheinlich, ja. Und dann wird es halt auch so sein, dass es so ist, die müssen wir jetzt leider nicht bilanzieren, sondern die bilanzieren wir ja mit dem Wert von in 100 Jahren. Ja. Whole to Majority, das ist schon eine sehr sehr flexible Steuer- und Buchhaltungsstrategie, was gesetzlich natürlich in Ordnung ist. Ja, in Ordnung, weil sie es in Ordnung gemacht haben. Genau. Ja, ich habe auch nur mal gelesen, wir waren mal Stehgästen im Süden von München irgendwo dabei, im Chiemgau und dann hat der Wirt, das ist wahrscheinlich auch so ein Schurbler, auf die erste Seite nur mal aufgelistet, was er alles an Abgaben, Steuern, Versicherungen zahlen muss und das waren wirklich ganz kleine Buchstaben, aber er hat die Seite vollgekriegt. Pro Burger oder pro Steak, oder? Ja, also einfach hat er gesagt, das sind die monatlichen Kosten, dem müssen wir was überweisen, dem, 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 die Versicherung, also was so ein Wirt an Versicherungen braucht, das ist ja der Hammer. Sind wir wieder bei unserer letzten Show angekommen, wo wir über Bierdeckel gesprochen haben, Gastronomie, das ist halt in Bayern schon weit vorne. Ja. Absolut. Ja, jetzt haben wir über das und das gesprochen, haben wir heute sonst noch ein Thema dabei? Ich bin gespannt, wie sich der Gold- und Silberpreis vor den Wahlen noch dynamisch entwickeln wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir wieder, ich sage jetzt mal, mindestens einen Switchpoint sehen. Ein Switchpoint heißt für mich, dass wir weit unter die 80, also ich persönlich gehe von 75 und tiefer aus sehen werden und dementsprechend, dass wir auch bald wieder tolle Kundenergebnisse präsentieren können. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Sehr gern, sonnige Grüße in die Welt. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.